Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Mein Name ist Lydia. Ich bin der Michael. Und wir sind beide Journalistik-Studenten an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wir befassen uns heute mit dem Thema der Kinderkulturtage in Magdeburg. Und dazu haben wir auch besondere Studiogäste. Das ist einmal Herr Wieland Jaguzinski. Er ist Leiter der Kinderkulturtage und Festivaldirektor des Blickwechsel-Festivals. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Georg Nagel, er ist Journalistik-Student, Kommilitone von uns beiden Moderatoren und derzeit Praktikant beim Pumpentheater Magdeburg. Dort ist er verantwortlich für die Organisation der Kinderkulturtage 2015. Schönen guten Tag. Genau, und später haben wir noch zwei Mädels. Das sind ganz besondere Gäste. Die haben nämlich schon mal in einem der Workshops teilgenommen. Aber dazu später mehr. Genau, die Kinderkulturtage finden also alle zwei Jahre Magdeburg statt. Dieses Jahr findet die Veranstaltung bereits schon zum fünften Mal in der Woche vom 6. Juli bis zum 12. Juli statt. Unter der Federführung des Pumpentheaters Magdeburg und der Jugendkunstschule stehen bei diesem Fest Kinder aller Altersgruppen und Nationen im Mittelpunkt. Genau, Kultur und Kinder, darum geht's. Und was die Magdeburger und Magdeburgerinnen auf der Straße dazu wissen, das seht ihr jetzt. Da geht's um die Frage, wenn Sie mit Ihren Enkeln in Magdeburg zum Thema Kultur was unternehmen wollen, was sie dann machen oder wo sie hingehen. Elbauenpark, wenn da viel los ist, die Tiere angucken, da hinten, mal füttern, wenn man das darf. Das Beste, was in unserer Stadt für unsere Enkelkinder und interessant ist für unsere Enkelkinder, ist das Technik-Museum. Kultur Rennes, ähm, Puppentheater zum Beispiel. Damals mit meiner Tochter, wir sind dann immer gerne einen roten Hornpark gefahren, mit dem Rad. Und da kann man auch auf der Decke sitzen oder mal kein Fehler dabei spielen. Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also in dem Alter natürlich gerne ins Puppentheater. Ja, wir gehen auch gerne vielleicht mal so in kleine Ausstellungen, die für Kinder geeignet sind. Was halten Sie denn vom aktuellen Kulturangebot für Kinder hier in Magdeburg? Ähm, finde ich ganz gut. Jetzt sind ja bald Kinder-Jugend-Kulturtage am Puppentheater Magdeburg. Und, äh, ich glaube am 11. oder 12. Juli. Und ja, ich freue mich eigentlich schon drauf. Ich habe überlegt, mit meiner zweijährigen Tochter vielleicht hinzugehen, mal schauen. Aber ich denke, wenn man sich ein bisschen bemüht, findet man ganz viele verschiedene Sachen, die man mit Kindern in Magdeburg machen kann. Kennen Sie die Kinder-Kulturtage in Magdeburg? Ja, also wir waren selbst noch nicht dort, aber auch die Schule nimmt ja, glaube ich, daran teil. Und es ist gut besucht. Ähm, ich finde das super. Ich finde das super. Und es sollte, meiner Meinung nach, noch weiter ausgebaut werden. Das können die mehr machen. Für Kinder ja, natürlich. Immer. Kennen Sie die Kinder-Kulturtage in Magdeburg? Äh, ich war noch nie da, aber ich kenne, ich habe schon auch gelesen davon. Mhm. Finde ich, das finde ich gut. Das, was die machen da, malen und alles, das finde ich sehr toll. Vor allen Dingen so in diesen Randgebieten ist, ja, ist doch alles sehr geballt auf die, ähm, auf die alte Feuerwache hinten im Burkhot zum Beispiel. Äh, aber ansonsten fehlt das alles so etwas. Ja. Leider Gottes. Von Stadtpark, also ich, wenn ich jetzt von den Spielplatzangeboten ausgehe, da gibt es eine ganze, ganze Menge. Wir haben eine Riesenkarte mit Spielplätzen, wo sich die Kinder was aussuchen. Wir haben Museen in der Nähe. Äh, wir können selbstständig Experimente machen. Ich kriege nur nicht viel mit. Ich sage immer, manche Sachen müssten mehr ausgeschildert sein, preisgegeben sein, irgendwo in den Medien. Ja, man hört das dann immer, aber so ein richtiges Datum, wann ist das? Ich glaube, man würde sagen, immer schlecht mit. Also es müssten mehr irgendwie Flyer, Plakate oder halt im Internet. Ah ja, genau. Kuppentheater, Museum oder Bahnhof. Wie wir also gehört haben, sind die Magdeburger im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem Angebot der Kinderkulturtage. Wir möchten uns jetzt mal genauer über diese mit unserem Studiogast Georg Nagel unterhalten. Georg, wie du weißt, ich bin noch ziemlicher Neuling hier in Magdeburg und habe erst im Rahmen der Recherchen zu der Sendung über die Kinderkulturtage etwas erfahren. Was kann ich mir denn eigentlich genau darunter vorstellen und was gibt es denn für Angebote für Kinder? Also die Kinderkulturtage sind das größte Kunst- und Kulturfestival für Kinder in ganz Deutschland. Und es ist halt ein einzigmaliges Angebot, was das Puppentheater, die Jugendkunstschule und die Landeshauptstadt Magdeburg alle zwei Jahre für Magdeburg auf die Beine stellen. Und wir haben von Tanzworkshops über Kreativworkshops über Puppenspiel, unser Puppenspielclub, der ist aktiv und inszeniert eigene Stücke. Wir laden Gaststars ein aus ganz Deutschland, die Konzerte veranstalten, Vorstellungen auf die Bühne bringen. Und dieses ganze Programm wird dann eben zu den Kinderkulturtagen und zu diesem riesigen Projekt, was halt von Jahr zu Jahr zu Jahr immer größer wird und für Magdeburg und Deutschland einzigartig ist. Und du bist ja dabei eigentlich hauptsächlich für die Organisation zuständig und ihr befindet euch ja sicherlich gerade so in der heißen Phase, es geht bald richtig los. Wie zufrieden seid ihr denn im Moment? Wie läuft es denn? Also man kann eigentlich nur zufrieden sein, wenn man schon an und für sich im Puppentheater arbeiten darf. Das ist eigentlich schon ein Glück für sich. Und jetzt fangen die Projekte langsam an, die Kinder gehen in ihre Kurse und Sachen entstehen. Und das ist so toll zu sehen, wie die Kinder aufblühen und auch eben Werke entstehen, die man dann nachher ausstellt und wo sich dann andere auch drüber erfreuen können. Also da ist auch mal ein organisatorischer Stress, wenn man mal zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten muss. Den vergisst man dann völlig, weil man halt ein schönes Erlebnis mit den Kindern zusammen hat. Nun haben im Rahmen der Recherchen einige unserer Kommilitonen halt Probleme gehabt, teilweise Kontakt zu den Projektleitern von den Workshops Kontakt aufzunehmen. Oder es waren halt auch Fälle dabei, wo zum Beispiel Workshops gar nicht stattgefunden haben, weil es halt eine mangelnde Beteiligung gab. Wurde da vielleicht zu wenig Werbung in Schulen, in Kindergärten gemacht? Also wir haben, was Werbung anbetrifft, wirklich alle Register gezogen. Wir arbeiten sehr viel mit dem OK zusammen und versuchen da immer Beiträge zu schalten. Wir sind immer im Generalanzeiger mit unseren jungen Journalisten, die eben über Projekte berichten oder auch schon im Vorfeld immer mal berichtet haben. Und haben eigentlich alle freien Medien der Stadt im Prinzip berichten lassen über uns. Wir sind direkt in die Schulen gefahren, wir sind in die Kindergärten gefahren, haben Lehrer und Sekretärinnen angesprochen, haben auch an alle Schulen Newsletter geschrieben und ich glaube, das Problematischste war einfach, wenn eben bei einer Sekretärin in der Schule die Info ankommt, Kinderkulturtage, haben sie nicht Lust, dass es dann da irgendwie hängen bleibt und gar nicht zu den Lehrern kommt. Also wir sind auch ganz oft dann, wenn Schulen bei uns zu den Vorstellungen kommen, direkt hingegangen und haben gefragt, haben sie schon erfahren, Kinderkulturtage? Wir haben ihnen mal eine Mail geschickt. Ach nee, wir wissen ja von gar nichts. Und das ist anscheinend die Informationspolitik, die nicht richtig funktioniert. Also wir haben alle erdenklichen Kanäle eben genutzt, aber im Endeffekt muss man wahrscheinlich die Leute direkt ansprechen und sagen, hier, das ist dein Projekt, das passt für dich, ist, denke ich mal, das Effektivste. Und wäre es vielleicht eine Möglichkeit, bei den nächsten Kinderkulturtagen zu sagen, okay, wir konzentrieren uns einfach auf die Workshops und Projekte, die wirklich gut gelaufen sind, wo viel Zuspruch war und lassen vielleicht ein paar dafür weg, wo es dieses Jahr nicht so geklappt hat? Das ist ja auch ein Anreiz vielleicht, einfach die Workshops dann nochmal neu zu verkaufen, indem man vielleicht das Marketing ein bisschen ändert oder vielleicht die Projekte ein bisschen anpasst oder die Schulen fragt, was hat euch jetzt abgehalten zu kommen? Dass man einfach nochmal nachfragt, in die Schulen geht und im Nachhinein das nochmal klärt, um für die nächsten oder in zwei Jahren dann wieder gut gewappnet zu sein. Nun bist du ja aber eigentlich Journalistikstudent und Kommilitone, wie gesagt, von uns. Wie bist du denn überhaupt zu dem Job beim Puppentheater gekommen? Also das war ein ganz großer Zufall. Ich habe einen Freund, der schon im Puppentheater arbeitet und der bekam das mit, dass ich einen Praktikumsplatz suche und hat halt gehört, dass diese Stelle zu besetzen ist. Und dann rief ich an und fragte, ob der Job noch frei ist. Und das war dann auch so, wurde ganz schnell eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Und zack, saß ich im Organisationsbüro. Und du bereust es keine Minute? Absolut nicht, nee. Also die Menschen, die man kennenlernt, das ist wunderbar. Das sind ganz neue Eindrücke, die man auch als Journalistikstudent sammeln kann, die einem sonst wahrscheinlich verwehrt geblieben wären. Also ich bin voll und ganz zufrieden mit meinem Praktikum. Ja, nun wissen wir ja auch, in jedem Mann steckt auch ein bisschen Spieltrieb, ein bisschen kleiner Junge, den wahrscheinlich du jetzt auch gerade wieder entdeckst. Hast du einen kleinen heimlichen Favoriten bei den Workshops oder irgendwas, was dir besonders Spaß macht, wo dein Herz dran hängt? Also ganz toll war zum Beispiel die Projektpräsentation, der wir beiwohnen durften, von Franz Saulek. Das ist ein Kinderbuchillustrator aus Berlin. Und der hat den Kindern einfach einen Korb voll Wörtern gegeben. Jedes Kind durfte sich drei Wörter raussuchen. Und die Kinder haben daraus ein Buch geschrieben mit 16 Seiten, haben Bilder dazu gemalt. Das waren so tolle Sachen, also zu sehen, was die Kreativität von Kindern schon aus der Grundschule im Prinzip leisten kann, das war unglaublich. Und ein weiteres Projekt, worauf ich mich jetzt richtig freue, das läuft jetzt demnächst an, das sind zwar keine Kinder, die da teilnehmen, das ist die Pfeifersche Stiftung. Die haben halt mehrfach geistig und körperlich behinderte Menschen bei sich. Und die sind von 20 bis 46, aber halt im Kopf noch Kind von einer geistigen Entwicklung. Und die haben angefragt, ob sie bei uns ein Projekt machen können. Und dann habe ich ihnen empfohlen, mach doch, zeig mir, wie du tanzt. Da können im Prinzip Tänze entwickelt werden mit entweder Kindern oder in diesem Fall eben den zu Betreuenden. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt, der Zusammenarbeit. Ja, Georg, also vielen Dank für das interessante Gespräch und den Eindruck von dir. Und wie ich das schon eben angesprochen habe, Lydia, ich bin nicht Magdeburger, du bist eine waschechte Magdeburgerin. Wie sah es denn in deiner Kindheit aus? Wie war denn dein Eindruck von dem Kulturangebot von Magdeburg? Also ich muss sagen, für mich persönlich, wir haben eigentlich immer viel gemacht. Wir sind ins Zoo gegangen oder auch ins Puppentheater. Ich war in der Musikschule. Also ich hatte immer das Gefühl, es gab viele Angebote und die haben wir auch genutzt auf jeden Fall. So eine Kindheit hätte ich auch gerne gehabt. Wie das nun aktuell gerade in Magdeburg aussieht, das hat unsere Kommilitonin Linda mal im Kulturbüro nachgefragt. Kinder? Kultur? Magdeburg? Was hat die Kulturhauptstadt eigentlich für ihre kleinsten Bürger zu bieten? Mit dieser Frage im Gepäck habe ich mich auf den Weg ins Kulturbüro der Stadt Magdeburg gemacht und dort die Leiterin Susann Schweitler getroffen. Für sie ist die kulturell-ästhetische Bildung von Kindern ein wichtiger Bestandteil der Stadt. Welchen Stellenwert hat denn die kulturelle Bildung von Kindern in Magdeburg für sie als Leiterin des Kulturbüros? Wir haben uns in 2008 bis 2010 in einem Kulturdiskurs, den wir in Magdeburg geführt haben, ganz dezidiert und intensiv diesem Thema zugewandt und haben es auch als eines der großen unter fünf Themen für die Kulturlandschaft in Magdeburg wichtigen Punkte identifiziert und in dem Zusammenhang eben auch wirklich ganz konkrete Ideen und Vorschläge für die Entwicklung der Kultur für Kinder in dieser Stadt festgehalten. Und diese Kulturkarte, in der das niedergeschrieben steht, Magdeburg 2020, ist für uns bis heute ein ganz wichtiges Arbeitsmittel. Und ich denke, dass das, was wir damals erarbeitet haben, in vielen Fällen jetzt wirklich Realität geworden ist, sich weiterentwickelt hat und Kinder sind für die Gesellschaft eigentlich von elementarer Bedeutung, für Magdeburg von elementarer Bedeutung. Wir freuen uns, dass die Geburtenraten inzwischen wieder steigen, dass also mehr kleine Magdeburgerinnen und Magdeburger in der Stadt sind und wir wenden uns diesem Thema nicht bloß mit großer Verantwortung, sondern auch mit großem Vergnügen zu. Und das spielt also auch für die Zukunft, ist es, wie gesagt, eines der fünf ganz großen Themen, die wir in der Stadt haben. Ja, ganz aktuell sind gerade die Kinderkulturtage, die ja vom Puppentheater organisiert werden. Welche Einrichtungen gibt es denn in Magdeburg noch, die kulturelle Angebote für Kinder bieten? Ich denke, soweit ich das überblicken kann, für die kommunalen Kultureinrichtungen kann ich das sagen, für die Freien weiß ich das nicht in Gänze. Aber nach dem, was ich weiß, beschäftigen sich alle mit ganz aktuellen, sehr, sehr schönen, vielschichtigen Angeboten mit der Kultur oder Kulturvermittlung für Kinder in dieser Stadt. Wenn ich alleine das Kunstmuseum mir betrachte, wo wir über 15 ständige, ganz unterschiedliche Angebote für Kinder, für Schulklassen, für Kindergartenkinder, für Eltern mit Kindern, für Großeltern mit ihren Enkelkindern anbieten, die also auch immer wieder nachgefragt sind. Oder wenn ich an die Bibliothek denke, bei der das ohnehin also auch Bildungsauftrag ist, Kinder und Jugendliche mit einzubeziehen. Oder ich denke an das Projekt, was wir als Kulturbüro machen mit dem Musikalischen Kompetenzzentrum, wo wir uns ganz speziell der Musikvermittlung in ganz Sachsen-Anhalt zuwenden, mit einem tollen Programm, wie ich finde, was gerade die Schulen in Sachsen-Anhalt anspricht. Dann kann ich noch sagen, auch die Theater mit ihren Theater-Jugendclubs und kulturpädagogischen Arbeiten, kann ich eigentlich nur feststellen, dass es eigentlich in allen Einrichtungen sehr, sehr schöne und ganz vielschichtige und lebendige Angebote für Kinder mit einer großen Zugewandtheit und mit einer großen Bereitschaft ist, auch Kinder eben wirklich ernst zu nehmen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten, einfach da ist. Gibt es denn schon Pläne für die Zukunft im kulturellen Bereich direkt für Kinder? Was ist geplant? Wir sind ja auf dem großartigen Wege, uns als Kulturhauptstadt für 2025 zu bewerben. 2019 werden wir die Bewerbung abgeben. Und eines der Themen ist wiederum die Einbeziehung aller Menschen, die in dieser Stadt leben, also auch eine ganz aktive Einbeziehung und ganz dezidiert eben auch die jungen Menschen, die wir da mitnehmen wollen. Und da gilt es einfach auch, die Leute, die sehr gut wissen, viel besser wissen als ich das weiß oder auch meine Kolleginnen das wissen, was für die Kinder auch in der Zukunft gut ist, dass man die also auf diesem Weg mitnimmt, da also auch gemeinsame Projekte zu entwickeln. Und dafür wünschen wir Frau Schweitler und ihren Kollegen weiterhin viel Erfolg. Da hat Magdeburg ja doch allerhand zu bieten und ich meine Kulturhauptstadt 2025, das wäre super. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Nun haben wir natürlich die Expertin gehört, aber wie sehen das denn die Leute, die mit den Kindern zusammen diese Angebote wahrnehmen? Sally war unterwegs und hat mal mit einer Grundschullehrerin gesprochen. Wie schätzen Sie das Kulturangebot für Kinder in Magdeburg ein? Ich persönlich denke, dass wir hier in Magdeburg, gerade auch weil wir Landeshauptstadt sind, von Sachsen-Anhalt schon ein sehr gutes Angebot an kulturellen Ereignissen für Kinder haben. Sprich, das sind nicht nur Museen oder das Theater, wir haben das Puttentheater, wir haben die Gewächshäuser, wir haben, oh Gott, was fällt mir noch ein, die Jugendkunstschule, das Literaturhaus, also da gibt es eine unwahrscheinliche Vielzahl. Ich habe jetzt auch ganz viele noch vergessen, sodass das aber schon ein sehr breit gefächertes Angebot für unsere Kinder birgt. Ja, Sie sind groben und ganz zufrieden mit dem, was die Hauptstadt Ihnen bietet. Also ich denke, mehr geht immer und besser geht auch immer, aber ich bin der Meinung, wir bewegen uns hier schon auf einem ganz guten Niveau. Wie wichtig ist Kultur für Kinder heute? Ich denke, Kultur gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Kinder auch sehr früh schon an Medien herangeführt werden, sprich, selbst die Jüngsten im Grundschulalter besitzen Handys, Smartphones, zu Hause wird viel mit Elektronik gespielt, da geht oftmals auch so dieser persönliche Kontakt, diese Gruppenkommunikation ein Stückchen verloren. Und darum ist es ganz wichtig, viele kulturelle Angebote zu unterbreiten für die Kinder, damit soziale Kompetenzen aufgebaut werden können, Kontakte geknüpft werden können und überhaupt so eine entsprechende Gruppendynamik auch entstehen kann. Und Kinder auch lernen, miteinander umzugehen, weil das lernt man mit dem Handy nicht nur. Was erwarten Sie jetzt speziell von den Kinderkulturtagen für Ihre Kinder? Zwei ganz tolle, verrückte, ereignungsreiche Tage für Kinder, wo die Kinder ganz viel Spaß haben, ganz viel Freude, viel sehen, aber auch viel mit tun können. Wie sollte so eine Veranstaltung organisiert sein? Dass Sie sich jetzt zum Beispiel wohlfühlen da, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie da ohne Bauchschmerzen quasi hingehen können? Ich denke, ganz wichtig ist, dass man die Angebote bzw. dieses Programm auf Kinder runterbrechen kann. Also, dass es einfach für das Niveau von Kindern gemacht ist. Und dass es auch aus der Lebenswelt der Kinder kommt. Dass keine abgehobenen Sachen dort präsentiert werden, sondern definitiv Dinge aus der Lebenswelt der Kinder genommen werden. Was ist denn Ihre Aufgabe bei den Kinderkulturtagen? Wir haben in den Ferien ein Projekt hier durchgeführt im Rahmen der Kinderkulturtage mit dem Herrn Zaulek. Das ist so ein Multitalent, ein Bögenbildner, Grafiker, Kinderbuchautor. Er arbeitet auch sehr viel mit dem Puppentheater zusammen und hat hier an den drei Tagen für unsere Kinder einen Workshop angeboten, der sich Papierkorbmärchen nannte. Das heißt, aus ganz kleinen, filigralen Teilen hat dann jedes Kind sein eigenes Märchen entworfen und auch geschrieben. Und dann auch illustriert, sodass eben für jedes Kind ein Märchenbuch entstanden ist. Und das war eben ganz, ganz toll, das zu beobachten, wie das wächst innerhalb von drei Tagen und wie unterschiedlich so die Fantasie der Kinder ist und was da denn so als Endergebnis herauskommt. Das wird an den Kinderkulturtagen entworfen. Da haben die Kinder sozusagen eine Bühne, um nochmal ihre Bücher zu präsentieren. Den genauen Rahmen, da sind wir gerade nochmal im Absprechen, wie wir das alles gut verpacken auch für die Kinder. Damit die natürlich auch Sicherheit bekommen, vor so vielen Menschen plötzlich zu sprechen. Das ist ja, da eröffnen sich ja neue Welten. Aber es wird wohl so sein, dass fast jedes Kind die Möglichkeit hat, sein Buch da auch vorzustellen. Und da bin ich total gespannt. Das klingt total spannend. Okay, gut, dann wünsche ich viel Spaß. Danke. Und vielleicht treffen wir uns ja an den Kinderkulturtagen. Ja, wir möchten jetzt nochmal unseren Gast Wieland Jaguzinski im Studio begrüßen. Danke. Herr Jaguzinski, die Kinderkulturtage haben ja nun mittlerweile schon eine lange Tradition hier in Magdeburg. Welchen Wert haben Sie denn für das Puppentheater? Na ja, für das Puppentheater bringt es natürlich hoffentlich in der Konsequenz auch Publikum. Und ich finde es großartig, dass dieses ja relativ kleine Haus eine so große Veranstaltung stemmt. Einmal mit diesen Langzeitworkshops, die ich, wie Georg schon erzählte, sehr spannend finde, was dort entsteht, was angeboten wird. Aber auch in der Woche selbst vom 6. bis 12. Juli und dann das Familiensommerwochenende, wo unglaublich viel stattfindet. Und wir nur als Organisatoren die Daumen drücken können, dass viele Magdeburger die Möglichkeit wahrnehmen, zu uns zu kommen. Ich weiß, ich bin kein Magdeburger, ich bin Berliner und bin für diese Tätigkeit hier. Und ich weiß, dass an diesem Wochenende sehr viel in der Stadt los ist. Und ich kann nur sagen, kommen Sie zu uns. Es kostet alles nichts. Kommen Sie einfach. Nun sind Sie aber nicht nur in Magdeburg unterwegs, sondern wie eben schon gehört, in Berlin, aber auch in Afrika, Asien. Und Sie waren letztens in Afghanistan und haben dort an einer Universität zusammen mit Studenten ein Publikum-Theaterstück inszeniert. Wie kommen Sie denn dazu? Also wie kam dieses Internationale? Das wäre eine zu lange Geschichte, um das Ganze Internationale zu erzählen. Nein, ich bin seit 2007 in Afghanistan und das war der erste Workshop 2007 mit Schauspielstudenten des Fine Art Colleges Kabul, die dann nachgesagt haben, wir machen nicht mehr Schauspiel, wir machen jetzt nur noch, wir wollen mit Material und Puppe arbeiten. Und daraus ergab sich dann 2008 ein weiterer Besuch mit einer Inszenierung, mit einer richtigen, vollen Inszenierung, mit der wir das damals fünfte nationale afghanische Theaterfestival eröffnet haben. Und daraus hat sich eine langfristige Zusammenarbeit ergeben. Also ich war im letzten Jahr wieder unten und wir haben 2009 aus diesem Inszenierungsteam von Hase und Igel das erste Puppentheater-Ensembles in der jungen Theatergeschichte Afghanistans gegründet. Und ich betreue die Truppe bis heute und habe in all diesen Jahren, ich war mehrmals jährlich unten, dieses Land und die Leute und die Kulturen sehr schätzen und lieben gelernt. Also es ist meine dritte Heimat inzwischen geworden. Und ich kann nur hoffen, dass die Situation nicht weiter den Berg runter geht, wie es momentan scheint. Nun haben Sie ja auch, wie Sie das gerade geschildert haben, sehr, sehr viele Eindrücke auch von der Kultur da. Kann man denn jetzt behaupten, dass zum Beispiel wir jetzt in Deutschland eigentlich, weil wir ja auch viel meckern, eigentlich privilegiert sind, dass wir überhaupt solche Veranstaltungen wie die Kinderkulturtage finanziert bekommen und gefördert bekommen? Ja, wissen Sie, Michael, da kriege ich ein Kloß im Hals, weil was hier in Deutschland stattfinden kann, wie zum Beispiel die fünften Kinderkulturtage, wird, ich weiß nicht, in 20, 30 Jahren vielleicht mal in Afghanistan stattfinden können. Kinder, die zum Teil nicht in die Schule gehen können, Mädchen, die jetzt schon wieder nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Kinder, die, wenn wir mit unserem Puppentheaterensemble in die Dörfer kommen, die noch nie Theater gesehen haben, noch nie Puppentheater gesehen haben, die also überrascht sind, begeistert sind im Ende. Das ist eine völlig andere Geschichte. Wichtig ist, wenn ich zurückkomme, wenn ich dann hier Kinder erlebe, nörgelnd, sich verweigernd bei diesen vielen Angeboten, da könnte ich böse und grimmig werden über die Vielfalt, die hier ist und nicht wahrgenommen wird, im Gegensatz zu Kindern in anderen Teilen dieser Welt, die nichts haben. Ja, das kann ich durch meine Erfahrungen auch nur so unterstützen und vielen Dank, dass Sie uns diesen Eindruck darüber gegeben haben, Herr Joguzinski. Ich danke euch und Ihnen. Danke. Genau, und wie wir das vorhin auch schon mit Georg gesprochen haben, gibt es ja Workshops bei den Kinderkulturtagen. Ich war letzte Woche mal mit meiner Kommilitonen Anna in Westerhüsen unterwegs und dort haben wir einen Graffiti-Künstler namens Sohne begleitet. Er hat damals auch schon Workshops mit Kindern durchgeführt und hat uns mal die Eindrücke von seinen Erfahrungen vermittelt. Ja, Christoph, du bist gebürtiger Magdeburger, die Stadt ist sozusagen dein Atelier. Hier tufst du dich kreativ unter dem Namen Sohne aus, hast 2012 dein eigenes Label in den Fluten gegründet, bist jetzt seit 93, also 22 Jahren schon als Graffiti-Künstler tätig. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du die Spray-Gose in die Hand genommen hast? Wir haben so am Anfang, so im Frühjahr 93, in Südenburg getroffen, auf dem Basketballplatz. Und da war jemand, der hat dann angefangen, so bei uns auf den Schulheften halt so die ersten Tags zu machen und so Buchstaben hat er draufgemalt. Und wir wussten jetzt gar nicht, was das ist, bis mir dann eingefallen ist, dass ich damit schon mal meinen Vater, der DJ war, gesehen habe, der hat halt passend zu der Musik immer Dias im Hintergrund laufen lassen und da waren aus New York schon die bespulten Züge. Und irgendwie waren wir dann von dieser Idee total quasi gefasst, halt so Buchstaben zu gestalten. Und das war damals halt ein schöner Ausgleich zur Schule und so ging das halt eigentlich los, ja. Dass man angefangen hat, neue Buchstaben zu kreieren, Figuren zu malen und dann halt irgendwann auch das Ganze mit der Dose natürlich an der Wand umzusetzen. Ja, mittlerweile engagierst du dich ja auch selber für die Jugendarbeit sozusagen im Nacktebau, du hast ja auch schon den Workshops zu der Graffiti und der Streetout-Kunst gegeben. Wie sind denn deine Erfahrungen mit den Kindern und möglichen? Ist das denn für die ein toller Ausgleich? Das auf jeden Fall. Also man muss natürlich unterscheiden, es gibt halt Workshops, wo die Kinder sich gezielt für Anmelden, die wissen, wenn auch was kommt. Dann gibt es manchmal auch Workshops, die von der Schule, vom Jugendamt oder von der Jugendeinrichtung quasi so, ich will es nicht sagen, bestimmt werden. Aber das sind halt dann auch welche, die nicht unbedingt mögen oder möchten. Das ist ja auch das Problem, dass oftmals die Kinder auch zu jung sind. Und wenn ich überlege, mit 13 habe ich angefangen, da konnte ich die Dose noch schön halten, könnte auch mit dem Finger das Cap runterdrücken. Und wenn du Kinder in der ersten Klasse hast, ist das natürlich überhaupt nicht möglich. Von daher habe ich angefangen, diese Graffiti-Workshops auch aufzulockern, dass ich halt sage, ihr könnt halt alles machen, was ihr wollt. Das geht nicht um die Buchstaben. Und da sind dann, also kriegst du das damit, dass die schon viel mehr begeistert sind, weil du halt nicht wie so ein Lehrer rüberkommst und sagst, wir haben jetzt Mathe und dann muss nur Mathe gemacht werden. Sondern ihr könnt auch Figuren zeichnen, Blumen zeichnen. Und da ist es halt so, dass ich zu den Spuldosen auch Stiften mitnehme, Pinsel, Acrylfarbe. Und dann hast du welche, die spulen und dann hast du welche, die mit dem Pinsel arbeiten, offline werden oder halt auf Papen oder sonst wo. Und das wird mittlerweile sehr gut angenommen, bis es halt auch ein bisschen offener ist. Jetzt gibt es ja bei den Kinderküchstütern, gibt es ja auch einen Graffiti-Art-Workshop. Da wird dir dann auch nochmal ein bisschen drauf aufmerksam gemacht auf das Thema. Aber sollte es dann am Ende noch mehr solche Projekte geben? Also müsste das ja im Marktgebobstärker gefördert werden? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Man muss natürlich ja immer dann auch mit der Zeit gehen. Und wenn es halt in Schulen jetzt irgendwelche Social-Media-Kurse gibt oder so, dann muss man das, was Graffiti angeht oder Street-Art, wenn wir das beides jetzt mal zusammen nennen wollen, muss das halt irgendwie auch gehen. Und von daher finde ich das auch schön, wenn so eine Sachen wie Graffiti-Workshops, wenn ich da mit in den Kunstunterricht mit reingehe. Also ich weiß noch damals bei mir, beim Abitur, irgendwann hieß es im Kunstunterricht so, ihr beide, die hier sprüht, ihr braucht jetzt nicht den Apfel abmalen, macht man Graffiti. Und da denke ich mir schon, dass man da auch mit der Zeit gehen sollte und dass man den Leuten das einfach so weitergeben kann. Und dann natürlich auch überhaupt keine Grenzen setzen, einfach macht das, worauf ich Lust habe. Und weil die müssen ja auch jetzt nicht mit der Spurdose unbedingt. Denn Buchstabe macht uns keine auch sonst was sein. Einfach drauf los. Ja, jetzt sehen wir ja hier im Hintergrund gerade dein aktuelles Projekt. Vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen was dazu sagen, was du hier machst oder wann das fertig sein wird? Also die Eröffnung ist am 3. Juli. Da kommen dann hier die Anwohner, die Kinder, der Oberbürgermeister. Und dann wird zusammen mit ihnen der letzte Strich gemacht und dann ist das fertig. Von daher habe ich jetzt noch einige Tage Zeit, bis dann hier in diesem Mühlental auf dem Spielplatz das Mühlenbild fertig ist. Ja, und das ist in Zusammenarbeit mit den Stadtgärtenbetrieben, wie sie sich nennen. Und da ist es halt in den letzten Jahren immer so, wenn ein neuer Spielplatz entsteht und da sind Wandflächen und so, dass wir da zusammenarbeiten und dann gucken, wie können wir halt das Ganze thematisch aufgreifen, jetzt für den Namen, für den Stadtteil und so. Und ja, an der Kleinwand, da haben die Kinder noch mitgearbeitet, die hatten halt so zwei Stunden Zeit, die haben hier so diese kleinen Mühlen da gemacht oder Pustenmühlen und die Steine. Da muss ich dann noch irgendein herum noch den Hintergrund machen. Tja, und das Große, da kommt natürlich die Kinder jetzt nicht mehr drauf. Da gibt es noch eine Rüstung dran bis Montag. Ja, schöne Idee auf jeden Fall, dann vielen Dank für das interessante Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit allem. Wow, tolle Sache auf jeden Fall. Allerdings gehört zu solchen Veranstaltungen neben ganz viel Spaß natürlich auch das Geld. Denn wir wissen ohne Moos nichts los. Und genau für solche Zwecke hat die Sparkasse die Stiftung Jugendarbeit ins Leben gerufen. Diese unterstützt auch die Kinderkulturtage. Und warum? Das seht ihr jetzt. Die Stiftung hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, gezielt Projekte mit Kindern zu fördern. Nun sind die Jugendkulturtage oder Kinderkulturtage natürlich erkennbar gezielt auf Kinder ausgerichtet. Aber für uns geht das Interesse noch ein Stück weiter. Denn bei den Kinderkulturtagen werden ja die Kinder angeregt, ihre eigenen Potenziale zu entdecken, ihre eigenen Potenziale auch zu verstärken oder Möglichkeiten an sich zu entdecken oder zu entwickeln, die sie bisher so noch nicht gesehen haben. Weil sie einfach mit anderen Menschen in Berührung kommen, weil sie ihren Background vergrößern, weil sie plötzlich Möglichkeiten haben, die sie in der Kita, in der Schule zu Hause so nicht haben. Und wo sie jetzt Ansprechpartner finden, wo sie sagen, mit denen macht das Spaß und das möchte ich weiter tun. Es ist der richtige Zeitpunkt, hier die Kinder aufzunehmen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Und letztendlich wird die ganze Region davon profitieren, wenn diese Kinder zu verantwortungsvollen und kreativen Erwachsenen heranreifen. Die Stiftungserträge liegen ja aktuell bei ungefähr 1,8 Millionen Euro. Dass der Stiftung im Prinzip auch eine wirtschaftliche und förderpolitische Unabhängigkeit gibt. Können Sie denn sagen, wie hoch die Fördersumme ungefähr sein wird? Das Stiftungskapital ist bei 1,8 Millionen. In der aktuellen Niedrigzinsphase sind die Erträge sehr viel geringer. Ich möchte jetzt aber nicht darauf eingehen, welche Summe dafür in die Kunde der Kulturtage fließt. Denn wir haben sehr viele Anträge an die Stiftung, von denen etliche gefördert werden mit sehr unterschiedlichen Beträgen. Und es gibt immer wieder Menschen, die dann an der Höhe der Förderung eine Wertigkeit des Projekts festmachen möchten. Das kann man einfach nicht. Es ist eines der Projekte mit einer höheren Förderung. Aber wie gesagt, darin liegt keine Wertigkeit, sondern einfach eine Aussage zum Kapitalbedarf des Projektes. Dadurch, dass Sie ja das Projekt Kinderkulturtage fördern, haben Sie denn auch einen gewissen Einfluss, in was genau die Gelder investiert werden? Wir bekommen ja vom Projektträger eine Projektskizze, wo er uns sagt, wir haben das und das vor, dafür sollen Gelder eingesetzt werden. Und dieser Projektantrag geht bei uns in die Gremien. Das ist der Stiftungsvorstand und das Stiftungskuratorium. Wird dort geprüft, da können Anmerkungen gemacht werden, wo man sagt, da und da hätten wir noch eine Idee, das könnte berücksichtigt werden, da können wir vielleicht noch eine Akzentuierung setzen. Während der Durchführung selbst werden wir keinen Einfluss darauf nehmen, weil die Gremien haben ja geprüft, dass der Antrag es wert ist, unterstützt zu werden, dass der Antragsteller es wert ist, unterstützt zu werden und dass die Kinder es wert sind, unterstützt zu werden. Warum also sollten wir weiteren Einfluss nehmen? Gibt es noch etwas weiteres, was Sie im Prinzip für das Puppentheater Magdeburg tun bzw. für das Event? Die Sparkasse ist seit langen Jahren ein sehr guter Partner des Puppentheaters, das ja Träger der Kinderkulturtage ist. In dieser Zusammenarbeit haben wir jedes Jahr Kooperationsverträge und bewerben auch die Highlight oder die herausragenden Veranstaltungen des Puppentheaters. Insofern werden Werbungen für die Kinderkulturtage auch bei uns auf den Selbstbedienungsdisplays laufen. Das heißt, wenn unsere Kunden Geld holen, werden sie erfahren, es sind Kinderkulturtage, geht hin, es macht Sinn. Sag mal, Micha, wie war das eigentlich bei dir damals? Wolltest du schon immer Journalist werden und die Kamera durch die Gegend schubsen? Naja, also nicht wirklich. Also mein Kindheitstraum war immer, Fußballprofi zu werden und dann irgendwann mal mein Geld in der Fußball-Bundesliga zu verdienen. Aber den Traum habe ich mittlerweile verworfen. Aber ich habe durchaus schon immer mal mit Kameras gespielt und kleine Videos selber gedreht. Aber das sah dann auch dementsprechend aus. Also so ein bisschen Hintergrundwissen hätte da nicht geschadet. Ja, bei mir hat das auch mal ein bisschen gedauert mit dem Berufswunsch. Für die jungen Steven Spielbergs hier aus Magdeburg allerdings gibt es dafür eine kleine Abhilfe und zwar den Workshop Junge Journalisten und Filmemacher. Und Caro, die hat sich da mal schlau gemacht. Melanie, du studierst an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal Journalistik Medienmanagement und hast sogar schon ein Diplom als Sprechwissenschaftlerin. Wie entstand dein Interesse bei den Kinderkulturtagen, den Workshop Junge Journalisten und Filmemacher zu leiten? Durch den organisatorischen Leiter der Kinderkulturtage, Georg Nagel, mit dem ich auch befreundet bin, habe ich überhaupt von den Kinderkulturtagen erfahren. Und fand das total spannend. Und dann hat sich herausgestellt, dass die für die jungen Journalisten und Filmemacher noch eine Projektleiterin gesucht haben. Und da hat Georg mich gefragt und ich hatte sofort Lust, das zu machen. Bei dem Projekt arbeitest du mit Kindern ab elf Jahren. Hast du Erfahrungen mit der Arbeit mit Kindern? Also ich habe vorher schon mit Kindern gearbeitet. Als Rhetoriktrainerin habe ich mit denen schon Kommunikationstrainings gemacht. Da habe ich mal mit einer siebten und mit einer fünften Klasse gearbeitet. Aber im journalistischen Bereich ist es jetzt mein erstes Mal, dass ich mit Kindern arbeite. Und das macht einfach Spaß, weil Kinder kreativ sind, unerwartete Dinge manchmal tun und ganz tolle und spontane Ideen haben, auf die Erwachsene, weil sie so verkopft sind, manchmal gar nicht kommen würden. Also denkst du, ist die Arbeit mit Kindern leichter als mit Erwachsenen? Ich würde nicht sagen, dass es leichter ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es schwerer ist. Es ist einfach anders, weil Kinder eine andere Herangehensweise haben. Man muss manchmal eben auch mal laut sein und sagen, so jetzt seid mal alle still und setzt euch mal alle hin. Jetzt ist es wichtig und Organisatorisches muss auch besprochen werden. Aber wenn man ihnen die Kamera in die Hand gibt und die rennen los, dann entstehen da manchmal ganz wundervolle Sachen. Die Kinderkulturtage stehen unter dem Motto, erzähl mir was aus deiner Welt. Was wird bei dem Workshop Junge Journalisten und Filmemacher genau gemacht? Die Kinderreporter, also die Kikuta-Reporter, wie wir jetzt heißen, berichten über alles, was rund um die Kinderkulturtage passiert. Also aus der Welt der Kinderkulturtage. Dabei ist ihnen völlig freigestellt, was sie machen. Und sie schreiben Artikel, sie machen Filme. Also das sind so die zwei Sachen, die sie im Wesentlichen machen. Und was können die Kids genau von dir lernen? Ich hoffe natürlich sowas wie, wie funktioniert eine Kamera, worauf muss ich achten, wie mache ich einen Weißabgleich, wie schreibt man einen Artikel so, dass er spannend klingt, was gibt es da alles zu beachten, so Grundlegendes. Und worauf muss ich achten, wenn ich ein Interview führe mit jemandem zum Beispiel. Die jungen Journalisten stellen also Beiträge her, die dann beim Sommerfest gezeigt werden. Aber du hattest auch erwähnt, es werden Artikel geschrieben. Wo kann man die denn dann nachlesen? Also wir stehen einmal in der Woche im Generalanzeiger Magdeburg. Da haben wir eine feste Rubrik, Kikuta-Reporter berichten, das sind unsere Artikel. Und wir hoffen, dass wir bald noch weitere Artikel in der Volksstimme auch zusätzlich noch veröffentlichen können. Und dann haben wir noch eine Facebook-Seite, auf der wir auch über alles berichten, was wir so machen. Das Sommerfest steht in den Startlöchern. Auf was freust du dich eigentlich am meisten? Auf den 11. und 12. Juli beim großen Sommerkinderfest, wenn wir dann hier den ganzen Tag stehen und filmen und Leute interviewen und mit der Kamera rumlaufen und flink Artikel schreiben und die ganze Zeit in Action sein werden. Das wird wahnsinnig aufregend und auch wahnsinnig anstrengend werden. Das sah doch schon echt professionell aus. Und bei uns im Studio sind jetzt Una und Fleur. Ihr beide habt an dem Workshop nämlich teilgenommen. Oder nehmt da immer noch teil. Wie gefällt es euch denn? Also mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Und gibt es irgendwas, ihr macht ja ganz viele Sachen. Ihr nehmt mit den Kameras auf, ihr macht den Ton, alles was dazu gehört. Gibt es denn irgendwas, was euch ganz, ganz, also am meisten Spaß macht? Mir macht am meisten Spaß interviewen oder an der Kamera. Bei mir macht am meisten Spaß Ton aufnehmen oder Kamera oder interviewen. Also alle Sachen. Ja. Mir macht Spaß. Und wie sieht da denn so, ihr habt ja einen richtigen Ablauf, ja? Wie sieht das denn da so aus? So ein ganz normaler Tag eines jungen Filmemachers. Heute hatten wir zwei Termine, einmal bei euch und, also Fleur nicht. Ich hatte ja noch einen Termin im Team 20 in Bukau. Und sonst haben wir vielleicht so drei Termine in der Woche. Ja, und ihr habt hier was Kleines mitgebracht. Was ist das denn? Also das sind unsere Presseausweise und das hier, das ist der Gutschein für die Kinder. Mikro. Genau, ins Mikro. Genau, eure Presseausweise und einen Kulturgutschein, ja? Ja. Den habt ihr im Rahmen des Workshops jetzt bekommen? Genau. Super. Und jetzt habt ihr ja viele, viele positive Dinge über eure Workshops erzählt. Gibt es denn vielleicht auch etwas, was euch daran nicht so gefällt? Was könnte man dann vielleicht besser machen? Also mir gefällt alles gut. Ich finde, man müsste nichts verändern. Man müsste nichts verändern. Es ist alles so okay, wie es ist. Das ist ja perfekt. Ja. Und jetzt, wo ihr so einen kleinen Blick hinter die Kulissen schon mal bekommen habt, könnt ihr euch vorstellen, das später auch mal vielleicht beruflich zu machen? Also ich kann mir das schon vorstellen. Nein, ich kann es mir auch vorstellen. Ja, aber was genau, das wüsst ihr jetzt noch nicht. Nein. Da ist ja auch noch Zeit, ja. Wie bei mir damals. Genau. Und zwar wollte ich euch auch noch fragen, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Also die Kinderkulturtage, die kennt man ja eigentlich schon, aber wer hat euch denn davon erzählt und hat euch vielleicht angemeldet? Die Eltern oder habt ihr in der Schule davon gehört? Haben Freunde davon erzählt? Wie war das? Also bei mir hat meine Mama mich darauf hingewiesen und ich wollte auch schon mal in einem Workshop zu den Kinderkulturtagen teilnehmen. Ich wollte auch schon mal teilnehmen und Una hat mich da auch angemeldet und ich bin über Una gekommen, also darauf gekommen. Okay, ist das dann jetzt eure erste Teilnahme an den Kinderkulturtagen oder habt ihr vielleicht auch schon mal vor zwei Jahren mitgemacht oder habt ihr überhaupt schon mal was davon gehört? Also gehört habe ich schon und ich war auch öfter da. Aber teilgenommen habe ich, also was da gemacht, habe ich noch nicht. Ich war auch schon öfters da, aber teilgenommen habe ich nicht. Ja, ihr seid jetzt schon richtige kleine Profis, weil ihr ja wirklich schon viel gemacht habt und auch noch machen werdet. Ihr habt ja noch ein bisschen was vor euch, ja? Ja. Habt ihr denn, also wenn ihr euch das hier so beguckt, was wir hier so machen, denkt ihr, wir machen das schon recht gut oder denkt ihr so, ah, da fehlt es noch ein bisschen an was? Habt ihr vielleicht kleine Tipps für uns? Also ich habe keinen Tipp, hier ist alles super finde ich. Ich finde das Gleiche. Ja? Dankeschön, das freut uns. Das ist ja perfekt. Ja, das freut uns natürlich. Und ganz kurz noch, habt ihr denn auch wirklich was dabei gelernt? Mhm. Ja, ja. Ich zum Beispiel mit einer Kamera umzugehen. Ich auch. Ja, das ist doch perfekt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr überhaupt die Zeit euch genommen habt und hier mal her das war uns nämlich sehr wichtig, dass ihr als Kinder mal einen Eindruck uns vermittelt, weil um euch geht es ja eigentlich bei den Kinderkulturtagen. Genau. Also vielen Dank dafür. Viel Spaß noch. Und was wären denn die Kinderkulturtage ohne einen eigenen Song? Wie der entstanden ist, seht ihr ja im folgenden Beitrag. Eins nur noch, Fleur hat zum Beispiel auch den Kameramann bei der Tonarbeit geholfen. Mats ab! Wie ist denn der Leiter des Songs? Haben Sie auch eine Idee gehabt für den Song? Ich hatte die Idee, weil ich sowas schon mal gemacht hatte, anderswo, in anderen Ländern, in anderen Zeiten und ich fand diese Idee eigentlich ganz gut. Die habe ich ein bisschen abgewandelt und habe gesagt, okay, diesmal geht es darum, Magdeburger Kinder schreiben ihren Song selber. Also haben wir den Aufruf gestartet, liebe Magdeburger Kinder, erzählt uns was aus eurer Welt. In Form einer kleinen Textzeile, 160 Zeichen, wie eine SMS, nicht mehr. Und das haben die dann auch gemacht. 142 Zusendungen gab es insgesamt, danach gab es noch ein paar mehr. Und aus diesen Text schnipseln, haben wir sozusagen die erstaunlichsten Informationen geholt und daraus einen Song gemacht. Ja, so war es. Durften auch nur Kinder den Text senden oder alle Magdeburger? Es haben auch ein paar Erwachsene den Text gesendet, das haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, dass es Erwachsene waren, haben uns rückinformiert und haben gesagt, na klar, wir wollen das so und so haben. Ja, das sagt gut und schön, aber die Kinder, die Kinder sind hier gefragt, weil das sind die Kinderkulturtage und das ist ein Sommersong von Magdeburger Kindern für Magdeburg. Und deswegen, aber das waren nur ganz wenige Erwachsene. Also der Großteil waren wirklich Kinder. Wie sind Sie denn zu der Leitung über das Song gekommen? Also bei unserem Puppentheater ist es so, wenn jemand eine Idee hat und die wird allen Teilen für gut befunden, dann ist es natürlich auch an demjenigen, der die Idee hatte, das dann auch in die Realität umzusetzen. Boing, waren ungefähr 30 Blicke auf mich gerichtet und es hieß dann, tja hier ist gut, viel Spaß. Das war dann mein Job und daraufhin habe ich es gemacht und ich mache gerne Musik. Ich mache viel Musik, überall Musik und gerade mit Kindern, das macht nämlich am meisten Spaß. Und so kam das eigentlich ganz schnell zugestande, ja. Das einzige, was man dazu noch brauchte, ist ein Blatt Papier, ein Stift, ein Telefon, ein bisschen Internet und eine Gitarre. Ohne Gitarre geht gar nichts. Tja, dann haben wir den Song entworfen, dann haben wir arrangiert, dann sind wir zu Harddisco gegangen und haben das Ganze richtig in die schönen Spuren reingebracht, haben den Pilotsong aufgenommen. Eben gerade haben wir hier die Chorkinder, nein, die Chorkinder nehmen wir jetzt noch auf und vorher haben wir die Bläser aufgenommen. Ein riesen Konstrukt, also ganz Magdeburg in einem Song vereint. Wie oft haben Sie denn jetzt schon geprobt? Geprobt haben wir ungefähr zwei, drei Mal, das war zum Pressegespräch am 19. Mai. Den Rest hatten die erstens selber drauf, weil sie es ja sehr, sehr geübt haben, weil die sind ja auf dem Norbertus Gymnasium, die Bläserklasse und die Chorklasse. Und die haben natürlich vorher das auch in ihrem Musikunterricht auch geübt. Das heißt, die wussten genau, wovon sie singen, worüber sie singen und wie sie es singen. Das hat man auch gehört, genau. Profis. Wie wurden die Kinder ausgewählt? Also haben die sich bei Ihnen geworben oder haben die die angefragt? Nö, wir haben angefragt. Wir haben im Norbertus angefragt, weil wir wussten, dass das ein sehr rühriges Gymnasium ist. Die haben eine Theatergruppe, eine Chorklasse, eine Bläserklasse. Ach, die haben alles. Sportklasse. Na gut, wäre die nicht. Aber so und die sind sehr, sehr intensiv in der Bildungsarbeit befasst. Das finde ich auch ganz gut. Und so kam das zustande, weil wir in den Kinderkulturtagen auch mehrere Projekte in unterschiedlichen Schulen haben. Unter anderem auch mit dem Norbertus Gymnasium. Und so kam das alles zustande. Magdeburg ist ein riesen Netzwerk. Man muss nur mal kurz aus der Tür gehen. Einen Schritt reicht. Und man trifft so viele Leute und kann mit denen was gemeinsam machen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Ergebnis? Wir nehmen jetzt den Chor noch auf. Also bisher bin ich sehr zufrieden. Jetzt mischen wir das Ganze noch zusammen. Hartes Co, die Haare liegen jetzt noch so. Die werden nachher so liegen. Aber am Ende dieser Woche wird ein Song bereitstehen, über den wir uns alle freuen dürfen. Und dann heißt es Magdeburg an der Elbe. Das ist die bunte Stadt, die uns gefällt. Und das war es auch schon mit unserer Sendung zu den Kinderkulturtagen 2015. Also nicht vergessen, die Festivalwoche ist vom 6. bis 12. Juli. Und dort werden dann auch alle Ergebnisse auf dem Sommerkindfest auf dem Gelände des Puppentheaters vorgestellt. Genau. Und wer jetzt immer noch nicht genügend Informationen zu den Kinderkulturtagen hat, der sollte einfach nochmal auf der Internetseite des Puppentheaters reinschauen oder einfach die Seite des Puppentheaters bei Facebook liken. Genau. Ich möchte mich nur noch zum Abschluss bei dir bedanken für die tolle Moderation. Es hat mir ein großes Vergnügen bereitet, Lüder. Ja, auch mir, Micha. Es war wirklich ein großes Vergnügen. Immer wieder gerne. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Wir möchten uns einfach nur noch verabschieden. Wir sehen uns dann auf den Kinderkulturtagen und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Rigi, sag was. Und wenn dann über Magdeburg die Sonne aufgeht, dann fahre ich mit meinem Rad. Die Elbe langt den Stadtpark bis zum großen Don. Ich liebe diese Stadt. Magdeburg an der Elbe, das ist die bunte Stadt, die uns gefällt. Und weiße oder schwarze oder gelbe Kinder, wir erzählen euch, was ist unsere Welt.